Frohe Weihnachten Leute, wir beide wünschen euch eine ruhige, besinnliche, gesunde Weihnachtszeit mit einem Lieben zusammen. Wir haben ein ziemlich anstrengendes Jahr hinter uns und ich hoffe, ihr seid da alle gut durchgekommen, alle sind gesund, allen geht es gut und jetzt geht hoffentlich erstmal so ein bisschen wieder die gemütliche Zeit los, mit viel zu viel guten Essen, tollen Geschenken hoffentlich und einfach einer tollen Zeit mit eurem Lieben zusammen. Und genau aus diesem Grund haben wir ein schönes Weihnachtsgeschenk für euch und zwar kommt heute um 15 Uhr ein neues Video raus, beziehungsweise ein Weihnachts-Special-Video, ein kleines Retro-Game, was der Steve für uns gezockt hat. Das war für ihn auch super gewesen, das zu spielen und hat sehr viel Spaß dabei gehabt. Wir hoffen, ihr habt damit auch genauso viel Spaß wie Steve das beim Spieren hatte und wir hoffen natürlich auch, dass ihr die Zeit, bis es zum Geschenke auspacken rausgeht, beziehungsweise bis ihr die Geschenke auspacken könnt, damit die Zeit euch ein bisschen vertreiben könnt. Ansonsten bleibt auf jeden Fall weiterhin gesund und rutscht vor allen Dingen auch gut ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020